Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Heute geht es mal darum, wie wir hier bei unserer aktuellen Windows 10 Version, das ist die Version 18.09, schon jetzt das Frühjahrsupdate installieren können. Die neue Windows Version, das sogenannte Frühjahrsupdate, die Redstone 0.6 oder die Redstone 6 Version, die im März diesen Jahres rauskommt, die ist sicherlich für viele interessant, welche Neuerungen uns da erwarten und wer das Ganze schon jetzt hier installieren kann, das gibt es schon, deswegen ihr könnt das schon jetzt hier installieren. Wir gucken erstmal nach, was ich hier derzeit für eine Version installiert habe, dazu rufen wir mal den WinWare Dialog auf. Hier seht ihr es, das ist die Version 18.09 ist auch alles aktiviert und installiert, auch geupdatet voll und jetzt holen wir uns mal das Frühjahrsupdate, welches erst in ein paar Monaten rauskommt. Dazu brauchen wir hier diese Software, UUP Dump Downloader, die laden wir uns hier herunter, einfach hier die Excel-Datei anklicken, das Ganze speichern, jetzt die Datei auf den Desktop ziehen, rechte Maustaste auf die Datei, auf Eigenschaften gehen, dann hier den Haken reinmachen bei Zulassen, übernehmen, okay. Jetzt können wir die ganz normal hier doppelt anklicken. Den Benutzerkonto-Steuerungsdialog hier bestätigen wir mit einem Klick auf Ja. Sollte euer Virenscanner hier Probleme machen, das ist ein Fehlalarm, deinen Virenscanner dann am besten deaktivieren. Im UUP Dump Downloader hier angekommen, wählen wir uns jetzt die obere Version aus, Windows 10 Insider Preview 18.229, das ist das Frühjahrsupdate jetzt und hier achten wir darauf, dass wir die richtige Version herunterladen. Bei mir ist das hier die AMD 64 Version. Welche Version ihr habt, das könnt ihr ganz einfach überprüfen. Dazu gehen wir hier mal auf den Explorer, dann rechte Maustaste auf dieser PC, dann auf Eigenschaften und hier seht ihr jetzt bei mir 64-Bit-Betriebssystem und wenn bei euch 64-Bit-Betriebssystem steht, dann müsst ihr auch diese Version hier runterladen, AMD 64. Steht bei euch 32-Bit-Betriebssystem, dann müsst ihr diese Version hier runterladen mit dem x86 dran. Ich nehme jetzt hier die obere Version, dann gehen wir hier unten drauf, ausgewählte Bild auswählen. Ich mache jetzt hier noch den Haken rein, bei Virtuelle Editions einschließen, ja, das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch hier eure Version direkt auswählen. Ich nehme jetzt hier mal alle Editions, Speicherort soll bei mir der Desktop sein, das steht hier unten. Ihr könnt auch natürlich auch einen anderen Speicherort hier definieren und wenn ihr alles eingestellt habt, dann geht ihr unten auf Prozess starten. Das dauert jetzt hier eine Weile. Wenn das Ganze fertig ist, dann sehen wir uns hier wieder. Nach dem Download haben wir hier jetzt das Frühjahrsupdate für Windows 10. Das ist jetzt die neue Version und diese Version, dieses ISO-Image hier, brauchen wir nur mit der rechten Maustaste anzuklicken. Dann gehen wir hier auf Bereitstellen. Dann wird das hier als virtuelles DVD-Laufwerk eingebunden, die ISO-Datei und hier haben wir nun unsere Setup.exe und die brauchen wir nur wieder doppelt anklicken. Den Benutzerkonto-Steuerungsdialog mit Ja bestätigen und jetzt beginnt hier schon der Windows-Update-Dialog. Wir können hier unten noch Microsoft dabei helfen, das Setup zu verbessern. Das lasse ich hier mal aus Datenschutzgründen weg und wir gehen hier unten einfach auf Weiter. Den Lizenzvertrag müssen wir natürlich hier akzeptieren. Zu guter Letzt gehen wir hier auf Installieren. Jetzt startet hier das Windows 10 Installationsprogramm. Nicht wundern, dass hier steht, Windows 10 wird installiert. Das ist jetzt hier der große Upgrade-Prozess, welches uns dann das Frühjahrs-Update hier für Windows 10 bringt. Warten wir also hier so lange ab, bis das Ganze erledigt ist. Ja, nachdem das fertig ist, haben wir jetzt die aktuelle Windows-Version hier installiert. Und hier seht ihr es, Version 19.03. Das ist jetzt hier das Frühjahrs-Update, welches ihr jetzt hier nach Herzenslust ausprobieren könnt und verwenden könnt. Wie gesagt, das Ganze natürlich nur auf eigene Gefahr, dadurch, dass das Ganze noch nicht 100% fertig ist. Aber wie ihr gerade im WinWare-Dialog gesehen habt, die Version hier hat kein Auslaufdatum. Also wir können schon stark davon ausgehen, dass diese Version oder eine, die kurz danach kommt, hier eine finale Version ist und dass das Frühjahrs-Update ist. Ja, das war's dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt's hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.